Viren mutieren manchmal, aber HOEX auch. Und zwar derzeit auf Facebook. Was es damit konkret auf sich hat, erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und dies ist eine Warnung vor einer Warnung. Hm? Fragt ihr euch, was für eine Warnung vor einer Warnung? Ich warne euch vor einer Warnung, die gerade auf Facebook kursiert. Und das ist eine Warnung bezüglich eines Virus. Die wird auch auf WhatsApp verbreitet. Die Warnung lautet, sag mal bitte allen Leuten in deiner Liste, dass sie den Kontakt mit Ute Christoph nicht annehmen sollen. Das ist ein Virus über WhatsApp und so weiter. Der zerstört die ganze Festplatte und zieht sich da Daten runter. Wenn ihn eine der Kontakte erwischt, bist du auch betroffen, weil er sich durch die Liste frisst. Also, kopier und schicken. Und wenn ich die Nummer 017196 und so weiter anrufe, nimm ja nicht ab. Es ist ein Hacker und es werden auch alle deine weiteren Kontakte betroffen sein. Es ist heute Morgen auch von Europ1 und RTL bestätigt worden. Weiterleiten. Das leiten dann wieder Leute weiter. Zu tausendfach. Und dadurch wird der Virus erst zu Virus. Denn die Meldung an sich ist schon seit etlicher Zeit in Umlauf. Meldet das Verbraucherschutzportal Mimikama. Und die sagen, dass in der letzten Zeit dieser Virus, wenn man es so will, oder dieser HOEX, so heißen diese Falschmeldungen bezüglich irgendwelcher Viren, schon mal mit den Namen Marcel Hohmann, Christian Wick und Dominik Beutting unterwegs war. Was also mein Tipp? Mein Tipp ist erstmal, bitte nicht die Leute anrufen, deren Telefonnummer da genannt wird. Denn es könnte sogar sein, dass man genau den eins auswischen will und sie damit belästigt. Und wenn ihr euch irgendwie unsicher seid und wollt auch andere warnen oder ihr habt so eine Message bekommen, dann googelt mal ganz kurz und ihr werdet schon schnell rausfinden, ob das echt ist oder nicht echt ist. Und es gibt Seiten vom Bundesamt für Informationssicherheit und es gibt die HOEX-Liste der TU Berlin. Auch dort könntet ihr euch mal kundig machen. Beide Seiten haben wir unter diesem Video entsprechend verlinkt. Insbesondere die HOEX-Liste der TU Berlin lege ich euch wärmstens ans Herz. Wirklich lustig, was da so an Falschmeldungen im Netz kursiert. Was sind eure beliebtesten Falschmeldungen? Was habt ihr auf Facebook, WhatsApp oder vielleicht auch in den YouTube-Kommentaren schon gesehen? Was euch die Haare zum Berge stehen lässt? Postet's gerne und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen. Bis zum nächsten Mal.